Ja, herzlich willkommen zu Dragon Age Inquisition. Ich bin der Bernie und ich teste das Spiel hier bei mir einmal an, auf meinem Kanal und mal schauen, wie weit ich das Let's Play hier vorantreibe oder ob es nur beim Angespielt bleibt. So, hier sind wir schon einmal im Hauptmenü. Ganz links unten sieht man Dragon Age Keep. Da ist eine Verlinkung auf eine Internetseite. Da kann man entweder seine Spielstände vom Dragon Age Origins, der erste Teil, und Dragon Age 2 importieren oder wirklich extrem gut gemacht quasi seine eigene Geschichte dort zusammenfrieren. und zusammenbauen. Und somit das Ganze hier dann in das Spiel mit einwirken zu lassen. Je nach Belieben. Die Seite ist wirklich gut. Das sollte sich wirklich jeder anschauen, wer das Spiel hier spielt und dem das interessiert. Ja, ich habe es jetzt auf... Ich versuche mal das Spiel einfach mit dem Xbox Controller. Ich spiele es auf dem PC. Und ja, weil es generell auch eher für die Konsole ausgelegt ist, ist einmal grundsätzlich... Ich spiele es jetzt einfach mal durch und man kann jederzeit wieder umschalten und das werden wir vielleicht einmal eh durchtesten. Mit Maus und Tastatur. Oder mit dem Gamepad. Das werden wir dann natürlich sich anschauen. So, wir starten einfach mal ein neues Spiel. Hier sehen wir schon die Template Magier. Fallen da schon mal um. So, hier sind wir schon einmal im Start. Männlich oder weiblich kann man sich aussuchen. Mensch. Ein Elf. Ein Elf. Ein Zwerg. Oder Zwergin. Oder jetzt neu hier. Ein Kunari. Das ist natürlich schon. Ja, Kunari würde mich interessieren, weil er neu ist. Oder einen Menschen. Das ist jetzt natürlich die große Preisfrage. Wir werden mal mit einem Menschen starten, hätte ich gesagt. Genau. Dann will ich einen Bogenschützen spielen. Denn Zwei-Hand und Schild... Ja, Magier ist sicher auch geil, muss man sagen. Wir probieren es einfach mal hier mit Bogenschützen. Ich will das Ganze entspannt spielen. Genau. Dass man da in aller Ruhe das spielen können. Und man kann ja eh jederzeit... Jederzeit auch die Schwierigkeiten, glaube ich, ändern. Wenn mich nicht alles täuscht, habe ich mir da ein bisschen so rein. Das Spielkonzentrieren nicht. Die Kämpfe da zu lange austragen. Weil das Spiel dauert es so schon, glaube ich, lange genug. Möchtest du eine individuelle Wellenlage aus String Edge Keep importieren? Ja, das will ich. Importiert genau, was ich mir gerade vorher zusammengestellt habe. Kann man sich auch das Ganze erzählen lassen. Und dann währenddessen auch auf Bearbeiten klicken. Und die ganzen Sachen nach eigenem Wunsch zusammenstellen. Eben von ersten und zweiten Teilen. Aber gut. Jetzt geht es mal los. Viel Spaß. Und ja, viel Vergnügen. Ja, da sind wir jetzt bei der Charakterdarstellung. Ich werde das Ganze entweder gleich schneiden und mir da jetzt in aller Ruhe mal einen zusammen frimmeln. Ich glaube, das will wahrscheinlich keiner unbedingt jetzt mitschauen. Und werde mich dann, wenn ich fertig bin, gleich wieder melden quasi. Also, bis gleich. So, Charakterdarstellung abgeschlossen. Weiter geht's. Viel Vergnügen. öffnen, f desarrollieren. él Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Nennt mir einen Grund, warum wir euch nicht auf der Stelle töten sollen Das Konklave ist vernichtet Alle, die ihm beiwohnten, sind tot Alle, außer euch Ja, verwende Elisa Um Erantwort im Theologat auszuwählen Das ist schrecklich Ihr denkt, ich war es Nichts sagen, nichts sagen wir nicht Äh Das ist schrecklich Ihr denkt, ich war es Ihr denkt, ich bin dafür verantwortlich Erklärt mir das Ja Gut, das sagt nein Das Kann ich nicht Was soll das heißen? Ihr könnt es nicht Ich weiß nicht, was das ist Oder woher ich es habe Ihr lügt Wir brauchen ihn, Cassandra Bei einem Theologen kannst du auf bestimmte Situationen emotional reagieren Ist das der Fall? Schöne bestimmte Symbole Die zeigen, welches Gefühle mit welcher Antwort verbunden ist Also hier All diese Leute Ein bisschen auf Mitleid Ähm Und was jetzt? Ja, er verschränkt so die Hände Genau Das ist relativ selbstergehend Ich bin verwirrt Sich vielleicht ein bisschen dumm stellen Oder Lasst mich gehen Ein bisschen aggressiv werden Ähm Nö Bei den Damen brauchen wir nicht aggressiv werden Blöd stellen Ähm Was jetzt auch nicht All diese Leute Ich bin verwirrt Nehmen wir die Mitleidstur Ich kann es einfach nicht glauben All diese Leute sind Tot Erinnert ihr euch, was geschehen ist? Wie das alles begann? Ich erinnere mich, dass ich gerannt bin Irgendwelche Dinge haben mich gejagt Und dann war da Eine Frau Eine Frau? Sie Hat die Hand nach mir ausgestreckt Doch dann Geht ihr ins vorgeschobene Lager, Liliana Ich werde ihn zum Riss bringen Was ist geschehen? Es ist einfacher, wenn ich es euch zeige Das ist die Bresch Ein gewaltiger Riss in die Welt der Dämonen Der mit jeder Stunde, die vergeht, größer wird Das ist allerdings nicht der einzige Riss dieser Art Nur der größte Sie entstanden alle durch die Explosion beim Konklave Dazu ist eine Explosion im Stande Ui Jedes Mal, wenn sich die Bresche erweitert Breitet sich auch euer Mahl aus Und es tötet euch Es ist vielleicht der Schlüssel, um das hier aufzuhalten Aber uns bleibt nicht mehr viel Zeit Da ja, nochmal nachforschen Wie soll ich das aufhalten? Ich glaube weiterhin, ich weiß Also ihr glaubt, ich weiß Ja Ihr denkt nach wie vor, ich wäre dafür verantwortlich Ihr glaubt, ich hätte mir das selbst angetan Nicht absichtlich Irgendetwas ist ganz offensichtlich schiefgegangen Und wenn ich nicht dafür verantwortlich bin? Irgendjemand ist es Und ihr seid unser einziger Verdächtiger Aber ihr wollt eure Unschuld beweisen? Dann ist das hier eure einzige Möglichkeit dazu Ähm Wie sollte es Das aufhalten? Helfen Rettet es mich Wurde ich zu helfen Habe ich eine Wahl Ihr sagtet, es sei vielleicht, der Schlüssel Um was zu tun? Die Bresche zu schließen Wir wissen nicht, ob es überhaupt möglich ist Doch das werden wir in Kürze herausfinden Es ist jedenfalls unsere einzige Chance Und eure Ich kann Wurde ich helfen Rettet es mich Also das gleiche genau Wenn ich tue, was ihr verlangt Werde ich also überleben Das lässt sich unmöglich sagen Okay Für sie steht eure Schuld fest Sie brauchen diese Erklärung Die Bewohner Havens Alles klar Ihr werdet einen gerechten Prozess erhalten Mehr kann ich euch nicht versprechen Kommt Es ist nicht mehr weit Wohin bringt ihr mich? Eure Mal muss an etwas kleinerem als der Bresche getestet werden Okay Okay, wir können springen Sehr gut Gut, dann gehen wir mal Oh mein Schöpfe Sieh mich knie Wenn ich gehe Geht nur die Schickste Bleibe nur an Orten Die du gesegnet hast Singe nur die Worte Die du mir in den Mund legst So ein Art Mist da Ja, wenn gesprochen wird Werde ich auf jeden Fall Meistens Natürlich Öffnet das Tor Wir gehen ins Tal Ah, das Symbol Kommt, zeig dir Dein Questziel an Da müssen wir so hin Okay Also wie gesagt Wenn da irgendwo gesprochen wird Werde ich meistens Stil sein Dass man das alles Mitbekommt auch Hallo Kollegen Gibt es ja nichts Vielleicht schon Irgendwas zum Looten Aber das ist ja die Jetzt hat man ja Irgendwas gleich Irgendwas sehen Am Start Das ist ja mal Quasi das Tutorial Begib dich Mit der Senua Zum Riss Das machen wir auch Wir können uns hier schon Sehr Au Sehr geil Bewegen Au Die Abstände werden kürzer Je größer die Brasche wird Desto mehr Risse tauchen auf Und mehr Risse bedeuten auch mehr Dämonen Mit denen wir es zu tun haben Ja, das wollen wir natürlich nicht Sie sagten ihr werdet Aus einem Riss gekommen Und dann ohnmächtig geworden Sie sagten hinter euch Im Riss sei eine Frau gewesen Doch niemand weiß wer sie war Alles was tiefer im Tal lag Wurde zerstört Darunter auch der Tempel Der heiligen Asche Aber ich denke Ihr werdet es noch früh genug Selbst sehen Okay Weiter gehen Dass wir da nichts Überhören Da ist schon der Riss Den Sogbias Hören wir mal schliessen Au Au Scheiße Und da kommen wir schon Die ersten Gegner Bleibt hinter mir So Wo ist mein Bogen Da liegt er schon Und das hat es erledigt Perfekt Naja Vielleicht würde das kein Problem sein Und das hat es erledigt Perfekt Naja Vielleicht würde das kein Problem sein Es ist vorbei Weg mit der Waffe Los Gut ich nehme die Waffe runter Ihr müsst mir vertrauen Ich brauche diese Waffe Ja gut ich nehme die Waffe Ich habe schon ein paar Let's Plays gesehen Ich muss sagen Ich will einmal tauschen Was aber die Waffe Wirklich runter tut Probieren wir das mal In Ordnung Ganz wie ihr meint Wartet Ich kann euch nicht beschützen Und ich kann auch nicht von euch erwarten Dass ihr euch nicht selbst schützt Euer Leben ist ohnehin schon gefährdet genug Sehr schön Da haben wir schon einmal die Zustimmung Von Kassandra einmal bekommen Nehmt diese Trennung Weiß der Erbauer Was uns erwartet Wo sind eure ganzen Soldaten Im vorgeschobenen Lager Oder im Kahn Muss ich das einnehmen Nein eigentlich nicht Wir sind im Moment auf uns allein gestellt Vorgeschobenes Lager also L-T Was können wir da Achso da kann Ah auf L-T kann man alternativ noch Ah ok Dann haben wir da relativ viele Sachen wahrscheinlich am Start Kann ich da schön reinschauen Was ist das Genau Charakterbogen Äh Tagebuch Das wäre natürlich ein bisschen zu viel Wenn wir da Alles vorlesen Und überhaupt Kreaturen Ja ich glaube das Würde den Rahmen dann doch sprengen Wir werden es nur ein bisschen Nur so Auf das ganze konzentrieren Ich glaube da gibt es Eine erste Ja die Bierhaube Plus 2 Geschicklichkeit Nur elf Zwerg oder Mensch Kunari nicht Ja Kunari muss ich auch Entweder offline oder online Mal schauen Aber den muss ich auch Auf jeden Fall noch testen Und zwar mit einem Schwert Glaube ich Fortschatz zu viel Eins Annehmen So da werden wir uns das Gleich mal aufsetzen Aber ich glaube Das schaut Ok Da looted anscheinend Weil vorher beim Soundcheck Bin ich auch bis daher Und da habe ich Eigentlich eine Blödere Mütze Gehabt Die schaut jetzt Für den Kampf Gar nicht einmal Also die andere War echt blöder Muss ich sagen Und die schaut gar nicht So blöd aus Hier diese Der Helm Und im Dings dann Wenn es Wenn der Dialog Kommt Im Video Dann ist ja automatisch Der Helm herunten Aber hier Für den Kampf Heraußen Setzt man natürlich Das Käppi hier gleich einmal auf So Wo sind die nächsten Gegner Ok Fähigkeiten Fähigkeiten Mana Austau Und im Kampf Mächtige Effekte Zu erzielen Die meisten Fähigkeiten Können Erst nach einer Gewissen Zeit Erneut Eingesetzt Werden Genaau So Schießen wir gerne mal So Gehen wir mal Unsichtbar Dann ziehen wir Nicht mehr Oder Oder Doch Special Move Sehr schön Alles erledigt So Kann man da Ah Blüht dann Sehr schön Money money Sehr gut Sehr gut Schauen wir mal da runter Hast du was für mich Ah wie geil Man rutscht da am Eis Das ist ja geil Oh Das schaut aber auch mal Super aus das Eis hier So Ist da was Oder hinten Da Sehe ich glaube ich Geld Ja Blündern Sehr gut Plus 43 Einmal Elfenwurzel Zum Mitnehmen Perfekt Ressourcen sammeln Wir werden pflanzen Mit allem Du kannst Verwenden Aufwertungen Für deine Ausrüstung Und die Träne herzustellen Alles klaro So Das Kann man auch Noch einmal rutschen Sehr geil So Da ist nix Ist da oben Der Prenzler Okay So Ah da ist schon der Wer Sehr gut So Kriegen wir mal hier Unsichtbar Dann sehen wir nicht Auf dem Hügel Er greift uns aus der Distanz an Okay Dann kümmert du dich mal Um den Und ich schau mal Darauf Special gleich Oh Den haben wir gleich So ausgeschalten Wunderbar Ja Codex Eintrag Spiel da irgendwas Neues Wahrscheinlich War das Charaktere Ah Okay Was haben wir da Keine Ahnung Was ist das Kreaturen Da sind wir daheim Ähm Was haben wir da Guck mal Siehts eigentlich Ein bisschen schlechter Am Bild Schatten Schieben Ja Gut Der eine war Nahkämpfer Der andere War quasi Fernkämpfer Quasi von den Kreaturen So Hat er was fallen lassen Dort Zufällig Dass man da nichts Übersehen Also ich mache noch Stelle eine Runde Geld Was war ich da 59 Gold Na immerhin Das ist da speziell Am Anfang Doch Relativ Viel wert Das macht schon Sinn Am Anfang Ich werde sicher irgendwo Vorbeilaufen Natürlich auch Kein Thema Alles werde ich auch Nicht sehen Aber ich versuch's einfach Ich abdrücke Im Schnee Da Kann ich da mal Oben gehen Sprich mal von der Entfernung Drauf her Jawoll Aua Sehr gut Perfekt Ja wir können natürlich auch Charakter wechseln Dann Dass wir Nahkämpfer Spielen Und Aber das kommt dann alles noch Glaub ich mit der Taktikansicht Und so Das wird dann noch alles erklärt Jetzt bleiben wir mal Hier bei unseren Helden Natürlich Das sind auch Keine Feinde So jetzt schauen wir mal Hier um die Ecke Okay da ist nix Ah Da liegt doch schon wieder was Eisen Na wunderbar Zack Ja taktischerweise Würde ich mich jetzt da hinstellen Und ich würde Kassandra Runterschicken In den Nahkampf Achso Äh genau Zack Ja takt noch einmal hier drauf Und hat sich schon erledigt Wunderbar So Habt ihr was fallen lassen Jungs Vorschein mal Auf die Endschläge Hier Äh Na Na liegt doch wieder was hier Sag ich doch Wieder 41 Gold Na wunderbar Ist aber auch echt schwer zu sehen Da muss man wirklich Penibelst Mehr oder wenig alles abgehen Aber Wird er wahrscheinlich später eh nicht mehr unbedingt Von nöten sein Ähm Ähm Okay Okay Mal da rauf gehen So Ist die Gegner da schon weg oder wie? Na gut Wir nähern uns dem Riss Man kann die Kämpfe schon hören Wer kämpft da? Das werdet ihr gleich sehen Wir müssen ihnen helfen Okay Ja sie muss die Agro aufbauen quasi Dass die nicht zu mir kommen Oh Schnell Bevor noch mehr hindurchkommt Was habt ihr gemacht? Ich habe überhaupt nichts gemacht Das ist ganz allein euer Verdienst Ich kann also helfen Ich hör das Ihr meint das mal Ich kann also helfen Dann ist das Ding ja doch für irgendwas gut Welche Magie auch immer die Bresche am Himmel geöffnet hat Hat auch dieses Mal auf eurer Hand hinterlassen Ich hatte schon vermutet Dass das mal fähig ist Die Risse zu schließen Die sich infolge der Bresche geöffnet haben Und anscheinend hatte ich recht Was bedeutet Dass es vielleicht auch die Bresche selbst schließen könnte? Ja vielleicht Es scheint als wärt ihr der Schlüssel zu unserer Rettung Gut zu wissen Und ich dachte schon Wir würden für alle Zeiten bis zum Arsch in Dämonen warten Varric Tethras Schurke Geschichtenerzähler Und bisweilen auch unerwünschter Weggefährte Gehört ihr der Kirche an, ist auch, gell? Schöne Kennzeln Nette Ambrust Wie geht es jetzt weiter? Machen wir da immer einen auf Joke hier? Gehört ihr der Kirche an, oder? War das eine ernst gemeinte Frage? Technisch gesehen bin ich ein Gefangener Genau wie ihr Ich hatte euch hierher gebracht, damit ihr der Göttlichen eure Geschichte erzählt Doch das hat sich ja nun offensichtlich erledigt Und dennoch bin ich hier Was angesichts der derzeitigen Ereignisse ein großes Glück für euch ist Na, gell Ähm Schön, euch kennenzulernen Ambrust käme ja halt Bianca, wer den zweiten Teil gespielt hat Es freut mich, euch kennenzulernen, Baric Das werdet ihr im Laufe der Zeit womöglich anders sehen Boah, ich bin mir sicher, wir beide werden im Tal noch die allerbesten Freunde grießkramen Vergesst es Ich weiß eure Hilfe zu schätzen, Baric, aber... Wart ihr in letzter Zeit mal im Tal, Superin? Eure Soldaten haben dort nicht länger die Kontrolle Ihr werdet mich brauchen Ach Da wir gerade alle dabei sind, uns miteinander bekannt zu machen Mein Name ist Solas Es freut mich, dass ihr noch am Leben seid Was er meint ist Ich habe verhindert, dass euch dieses Mal tötet, während ihr geschlafen habt Ich glaube, da können wir nachher immer eine Zusatzfrage der Links raushauen Ihr wisst von dem Mal Wie gesagt, ich will mich ein bisschen mehr auf das konzentrieren, als wir aufs Kämpfen Ihr scheint ziemlich viel über das alles zu wissen Solas ist ein Abtrünniger und äußerst bewandert in derartigen Dingen Genau genommen sind jetzt alle Magierabtrünnige, Cassandra Ich konnte durch meine Reisen viele Dinge über das Nichts lernen Die weit über das Wissen jedes Zirkelmagiers hinausgehen Ich bin hier, um hinsichtlich der Bresche meine Hilfe anzubieten Wenn sie nicht geschlossen wird, sind wir alle, egal welche Abstammung, verloren Das stimmt Für die Tarekin Das ist eine lobenswerte Einstellung Sie ist lediglich vernünftig Auch wenn Vernunft derzeit ein seltenes Gut zu sein scheint Cassandra, es gibt etwas, das ihr wissen solltet Die Magie, mit der wir es hier zu tun haben, ist mit nichts, was ich kenne, vergleichbar Euer Gefangener ist kein Magier Und ich kann mir ohnehin nicht vorstellen, dass irgendein Magier eine derartige Macht besetzt Ich verstehe Wir müssen so schnell wie möglich das vorgeschobene Lager erreichen Ja Bianca ist schon ganz aufgeregt Ja, seine Waffe Ja, wir werden eher ein bisschen Wir quatschen ja auch so die ganze Zeit Da geht's runter, genau Wir werden nachher noch eine Runde drehen Aber ich werde hier mal den ersten Part abschließen Da brinden wir noch einmal schnell eine Runde Oh Sehr geil Leute, wir schauen uns das noch an Wir haben einen neuen Bogen bekommen Waffe Oh, geile Sache Geile Scheiße hier Sorry Äh, verändischer Armee Langbogen Ähm, Moment Vergleichen Das habe ich gar nicht ganz kapiert, wie das genau geht Jetzt Äh, verändischer Also anklicken und dann beim anderen noch vergleichen Alles klar Schaden 37 statt 36 Schüsse pro Sekunde ist das glaube ich Oder die 42, das könnte sein Gegenstandsstufe 2 Leer, der Griff Okay, Griff können wir irgendwas aufwerten Plus 36 Da haben wir plus 11% Schaden bei Flankenangriffen beim Jagdbogen Ja, dadurch wird er jetzt eh nicht so die schwierige Stufe haben Werden wir halt den neuen Bogen trotzdem gleich einmal drauf lassen Genau Sehr gut So, wir lücken noch eine Runde bevor wir speichern Na, da liegt ja schon wieder was Sehr schön 59 Gold Na, da haben wir schon einiges Eingesammelt Vielleicht können wir das ja auch gleich dann irgendwo auch Verwenden und einsammeln Oder ist das irgendwie was cooles damit gleich kaufen am Anfang Ja, da haben wir schon wieder was Ja, wird auch für irgendwas gut sein und wenn wir es verkaufen Ja, das war es jetzt wirklich mit dem ersten Part Ich schaue da nicht so genau auf die Zeit Das machen wir eher da Wie es genau passt Von der Geschichte her Ändernisse zu springen Ah, okay, dankeschön Dann darf ich mich hier mit diesen Bildern mal für den ersten Part verabschieden Ich hoffe Ich schaue da ein bisschen die Gegend an Okay, ich kann da gar nicht zwischen den Helden herschalten Ja, da brauchen wir erst die Du bist erst weiter im Tutorial kommen Ja, darf ich mich hier verabschieden mit dem ersten Part Ich hoffe, ihr bleibt weiter dabei Würde mich freuen Ich finde das Spiel geil Also ich spiele es auf jeden Fall weiter Und ja Das war es Ich mache mich gleich mal unsichtbar Das ist auch geil Naja, sicher Das Nimmt mir eindeutig auch die Akro Quasi Ja, das war es Danke und Bis zum nächsten Mal Tschüss, ciao